Ich bin die Janine Flock, ich bin Skeleton-Pilotin, komme aus Österreich und wir sind hier in Leongang und shooten für den Playball. Die Olympischen Spiele stehen jetzt vor der Tür, sie kommen immer näher und näher und es ist natürlich so, dass die Leistungsspitze, die Leistungsform jetzt schön langsam am Höhepunkt ist und Ziel ist definitiv eine Medaille. Welche ist dann wert, wenn wir hoffentlich erfahren dürfen? Ich denke, wir haben echt schöne Fotos gemacht und ich bin stolz darauf, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Es war eine tiefgründige Herzensentscheidung, weil ich einfach Lust drauf gehabt habe und zu dem stehe ich auch. Ich glaube, es gibt schlimmere Dinge auf der Welt als die Nacktheit.